Sie leiden ja momentan alle davon. Sobald wir da sind, brauchen wir etwas von dieser Erde. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt leben, werden es unsere Kinder nicht so gut haben. Jeder von uns möchte im Frieden und Liebe mit den Mitmenschen und im Einklang mit der Natur sein. Und nicht eine Grundlage zerstören, die zwei Generationen später nur eine Wüste ist. Grunde genommen finde ich es gut, wenn es ein bisschen grüner ist. Wobei grün einfach nur ein Name ist, wie man sieht, bei den grünliberalen quasi. Dort ist einfach das grüne vorne, aber wirklich grün sind sie nicht. Also ich würde sicher schauen, die Partei, wofür das ist. Nicht auf alle Grüne oder SP. Ich beobachte es einfach auch ein bisschen mehr als Trend. Ja klar, als Beinfluss, das ist ein grosses Thema. Ja, es ist wichtig, ja. Bis jetzt denke ich einfach so, man geht ein bisschen an den Wurzeln vorbei. Nachhaltigkeit, sicher. Aber ich denke, es wird viel auf Nebenschauplätze gehen. Ich bin auf jeden Fall für Umweltschutz und so weiter. Ich finde, dass das einfach mit der CO2-Steuer überhaupt nicht gelöst ist. Sagen wir, Fukushima läuft weiter aus. Wo ist unsere internationale Gemeinschaft? Also weisst du, jenste Probleme, Regenwaldabholzung, hätte man nachhaltig alles lösen können, wenn man die Gelder vom Irak in das investiert hat. Die Gelder werden völlig falsch verteilt. Man muss einfach mal schauen, was wirklich läuft auf dem Planeten. Im Ibis-Zürich-Seat-West arbeite ich als Koch. Ich bin der Food Waste Manager. Und es ist einfach, wir haben richtig viel Abfall. Wir versuchen es zu minimieren. Wir haben auch eine neue Anlage. Jedes Mal, wenn du was reinschmeisst in den Müll, macht es ein Foto davon. Was du reinschmeisst, das wiegt es genau ab. Und so können wir das minimieren, was wir weniger bestellen müssen. Und so passt es an. Ich arbeite schon seit langem Freitag. Und da das bei uns wirklich in allem, was wir machen, ein Thema ist, habe ich mir dann schon viel mehr Gedanken gemacht. Für mich als Künstler ist Nachhaltigkeit total wichtig, wie über die Konagwam und mich einladen, dass ich nächstes Jahr CO2-frei mit dem Schiff auf Südafrika Während dem Zerbeputzen vielleicht den Hohen zu machen. Ich kaufe eigentlich wenig Sachen, wo man dann die Packung fortrühren. Aber es fängt natürlich vor allem bei sich selber an. Darum fahren wir Velo. Essen kein Fleisch. Immer Papier statt Plastik nehmen und keine Strohhalme. Werfen den Abfall einfach in den Kübel, weil es geht. Ist nicht so schwierig. Ich kaufe nicht wahnsinnig viel Neues ein. Also bei den Kleidern ist es mehr Secondhand oder wir tuschen es untereinander aus, unter Freunden. Man sollte doch einfach im Einklang mit der Natur leben. Dass man halt auch mehr so saisonale Sachen kauft. Ich nehme meinen eigenen Sack mit, wenn ich gerne posten gehe. Ich schaue, dass ich nicht zu viel konsumiere. Wenn ich etwas kaufe, dann schaue ich, dass ich auch nachhaltige Sachen kaufe. Nicht für jeden Bullshit geht, dass Plastiksäcke ich nicht. Wir müssen wieder regional denken und an die regionale Unterstützung. Ich fliege auch fast näher. In meinem ganzen Leben bin ich über 77 Mal gefahren. Wenn ich Sachen bestelle, ich sage ohne Verpackung bitte. Dass man recycelt, dass man nicht so viel fliegt. Oder wenn man fliegt, dann muss es sich auch lohnen. Ich esse auch, wenn es nicht gut ist, einfach fliege ich einen Popfurt. Du musst die Änderung sein, die du erwartest in dieser Welt. Ich denke, es muss bei jedem Einzelnen anfangen. Einfach posten, weil praktisch jeder ist heute online, egal ob es Insta ist, Snapchat oder Facebook. Es müssen einfach mehr Leute sehen. Freundeskreis vor allem. Du kannst viel bewirken. Jetzt noch mehr, als wenn du an der Straße stehst und die Leute belehren willst. Mein eigenes Umfeld versucht, positiv zu beeinflussen. Das ist sicher das meiste, was man machen kann. Wir sind an einem Scheidepunkt. Das Menschheit sehe ich eh nur so. Es kommt jetzt darauf an, die nächsten 30 Jahre in welche Richtung wir gehen. Die Welt ist ja eh schon ziemlich kaputt. Schauen wir, dass wir sie nicht noch mehr kaputt machen. Es gibt schliesslich Kinder. Ich glaube, es ist spät, aber lieber spät als nie. Kritisch. Also das müssten wirklich alle mitmachen. Ich hoffe, wir gehen zurück zur Natur, nicht in eine Cyborg-Technologie. Ein Thema, das die wenigsten ansprechen, meiner Meinung nach eines der Hauptprobleme ist, überhaupt, das sind wir Menschen selber. Es sind einfach, ja, gerade ein wenig viele da. Alle brauchen irgendetwas. Der Mensch lernt ja leider erst, wenn er sich die Finger verbrennt. Das heisst, wir müssen jetzt halt nochmal wieder ein paar Mal die Finger verbrennen und es muss halt wieder wehtun, dass wir dann irgendetwas machen.